... war er noch mit seinem Franz-Kollegen aus Hannover, Schlaufer-Bressen, und jetzt steht er mit dem Vorhandelsfest. Das ist ja unglaublich. Wir haben nachgebessert, das ist Bundesliga-Rekord 83-Dicht. Es ist doch an der Seitenlinie ein ganz spezielles Erlebnis für den Chef, der selbst operiert. ... und heute so viel zu uns besitzen. Kein großer Gute über ein absichtliches Hammer-Tor. Ich weiß nicht, der Umgang...